Hallo und willkommen zurück bei 7 days to die mit André. Hallo, grüß euch. Grüß euch. Wir haben eine Werkbank. Ja, da steht sie. Da steht sie, ja. Die wird auch gleich verwendet, weil ich mache da noch Flinden-Munition. Ja, ich habe Stahltore gemacht für unsere neue Heimat, die wir vorbereitet haben, Tag 14. Die werden wir dann gleich sehen, oder? Ja, also wir brauchen unbedingt Mechanical Parts. Da werden wir am Vormittag nur schauen beim Rüberlaufen, ob wir das irgendwo rauskriegen. Aber wir bewegen uns dann schon mal Richtung der neuen Base. Genau, eine 450er blaue Range habe ich uns gebastelt. Aber wir werden noch viel da herüben produzieren müssen, bis das da drüben fertig ist. Ja, ich werde mal rausgehen. Ich habe nämlich einiges an... Hast du schon noch alles mit? Ein bisschen essen, trinken, Vantagen... Ah, sollte ich mir mehr mitnehmen, oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Waffen. Ja, dann mache ich das so. Das lege ich. Heil Vantagen wäre nicht schlecht. Waffen habe ich dabei. Was nehme ich mir denn zum Foto? Ah, Baked Potatoes. Das ist ein guter Plan. Genau. Ich nehme die Stahltüren mit. Ja, kannst du. Ich habe 100 Woodspikes, die will ich unten noch anbringen. Ich habe meine Shotgun, Shotgun Shells, Compound Bogen, Crossbow... Ja. Zum Ausbessern nehme ich mir ein paar Steine mit. Steine habe ich genug mit. Oder meinst du... Ja, dann auch dann. Ich weiß nicht, wenn wir irgendwo Schäden haben. Cobblestone. Dann ein bisschen Lähm. Einfach das, was drüben ist. Ja. Und... Holz soll ich erinnern. Da könnte ich mir aber auch noch etwas nehmen. Wo ist der dämliche Cobblestone? Da, da ist er. In der dritten oben. Ja, da nehmen wir auch noch etwas mit. Die Dibra reicht. So, kannst du schon rein. Ja. Dankeschön. Da ist unser Eisen. Jetzt erklären wir mal das, was wir gefarmt haben. Ein bisserl was. So, der Garten blüht. Das mache ich irgendwann wieder mal. Die Eisen-Teile. Wir haben auch mit neben dem Gitter. Ja. Our safe house, our home. Habe ich hier ein Schild angebracht. Hihi. Du bist schon draußen. Ja. Wo ist das? Ah ja, da. Our safe house, our home. Genau. Ja. Als Anlehnung an PD2. Genau. Du kommst hier und runter, gell? Also manchmal, die Falte, ja. Ich kapier's nicht. Ich bin zu blöd für die Delle. So. Wo kriegt man überall Mechanical Parts raus? Ihr seht schon, eine blaue Range gibt es auch. Die hat die Dibra jetzt in der Nacht gefertigt. Wo kriegen wir die raus? Ah. Hörst du das noch? Aus Autoleichen, glaube ich, oder? Ah, weiß ich nicht. Ist das sicher? Autoleichen? Ja. Aber... Da war ich schon... Ja, da kommen schon ein Schild. Sehr gut. Die brauchen wir zuhauf. Genau. Und dann haben wir da drinnen, in unserem Ding, sagen wir, diese Waschmaschinen, die wollte ich ja... Ja, genau. Wo kommen wir denn da am besten rein? Hm, gar nicht. Ich hab alles zugepflastert. Das gehört vielleicht auch noch mal ein bisschen repariert, da ist. So, in der Nacht hat sich da wieder wieder was eingebaut. Ja, momentan sind die Mechanical Parts unsere Mangelware... Ich kann es leider noch nicht machen, irgendwas habe ich zu wenig geschild. Die brauchen wir für die Mischmaschine noch. Aber die Gussform ist schon dringend in der Forge, das haben wir jetzt nicht hergezeigt, aus Zeitgründen. Ja, stimmt. Die haben da schon die ersten Stahlblöcke gefertigt. Das ist dann das nächste, die Mischmaschine, weil wir brauchen dringend... Beton, Zement können wir ja schon. Mhm. Den können wir ja so erstellen. Genau. So. Ah ja, da unten ist das Auto, wo ich Fleisch reingegeben habe. Spannend, man kann es nicht reparieren, wenn ein Zombie dringend ist. Ach so? Ja. Komisch. Oh nein, das war aber das Gras davor. Ah, das Gras davor. Ja, super, ich bin natürlich jetzt voll. Ähm. Was liegt denn da alles? Sammeltierfett, naja ok. Ist verschmerzbar. Ja. Genau, wo ist da reingegeben? Ich weiß es nicht mehr. Na, du weißt ja relativ weit unten schon, ne? War ja vorhin vorhin, oder? Ah ok. Ja. Das hast du glaube ich nicht... Das hast du erst weiter unten reingeschmissen. Trotzdem zerlege ich das Auto. Scheinwerfer, jetzt habe ich wieder so viel Zeug mit. Wenn wir da drüben so viel brauchen. Bitte hat da wo was gebellt? Kann sein. Na super. Schauen wir mal. Ja du, ich bin auch voll. Dafür habe ich mich gar nicht gebraucht. So, ich glaube aber, wir haben da irgendwo eine Mülltonne, da in der Nähe. Dann schmeiße ich da mal alles rein, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Sofort. Ein guter Plan. Da wo? Die ist da einmal gestanden. Ja, die ist gestanden. Ok. Hm. Da in das Auto. Und das blaue Coupé. Ok. Das, das, das brauchen wir noch. Da ich mir keine Geld. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. So, dann ist wieder Platz. Oh, du verlierst da. Ich nehme das da einmal alles auf. Ah, steht hier. So. Ah, ja. Ich lege da gleich dazu. Mechanic Barz, super, duper. Hm, das brauchen wir nicht. So. Benzin, ja. So, die brauchen wir nicht. Sprengfeder brauchen wir drüben auch nicht. Ah, das gibt nicht. Ah, so. Ah. Gibt. Fertig? Ja. So, das rein. Das rein. Wir müssen uns halt nicht mehr merken, welche Autos das wir da bedient haben. Wie? Ja, haben sie nur in dem einen. Da herrüben ist noch so eine Zapfsäule. Da kriegt man auch immer sehr viel raus. Ja, bitte. Aha, ich zerleg dir das Kuppé dahinter. Ah, tu dir. Jetzt passiert. Soll ich das auch zerlegen, das Ganze? Ja, klar. Ja, klar. Jetzt können wir ja zerlegen, was das Zeug hält. So, dann das Teil da gleich. So. Ich könnte ja schon mal die Mischmaschine machen. Ja, wurscht. Was passiert eigentlich, wenn man so einen Automaten abbaut? Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Nein. Nein. Da hat er nicht drauf. Ach du... Ähm. Ja. Was? Da ist eine Batterie. Okay. Habe ich was verloren? Ja, ich kann auch nichts mehr nehmen. Ja, dann wieder rein ins blaue Kuppé. Ich bleib da stehen, sonst findest du die nicht. Wie, was? Die Batterie, die hier liegt. Die ist so grau, so klein. Achso, die wird sich gleich auflösen. Komm schon. Direkt vor mir. Ja, ich sehe sie noch. Noch ist sie da. Habe sie. Na, ist sehr schön so. Ja, und in grün. Cool. Cool. Ja, das ist ja schon eines der Teile, was wir dann für das Minibike brauchen. Mhm. Die schmeißt du da noch rein. Ja. Dann geht's gleich weiter zur nächsten Tankstelle davor. Das ist ja toll, was wir jetzt alles rausgehen. Umso besser die Range, umso mehr kriegst du raus. Mhm. Das ist gefühlsmäßig jetzt. Das sage ich jetzt mal frech. Ich habe eine blaue Batterie, Edge. Bisschen durch. So, das rein. Und weiter geht's. Wir sind Autojäger. Ja. Ah, da habe ich die Tanke schon abgebaut. Das haben wir ja schon komplett, ne? Da waren wir schon drinnen. Ja. Und ich glaube, ja genau da ist das. Das haben wir gesehen, wie wir unsere Baustelle gemacht haben. Also ihr seht schon, das waren wir da. Das war nicht so kahl, sondern wir haben da alles abgebaut in dem verbrannten Gebiet. Mhm. Nur das Gras fehlt noch. Ja. Und das wollte ich unbedingt machen, weil ich mir nicht sicher bin, was wir in so einem, also ja, zeig vielleicht einmal, was das Gebäude ist. Äh, der alten Movies. Also, okay. Kann man sich vorstellen, ne? Sagt schon der Name. Ja, nein. Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich jetzt Videokassetten drin liegen. Darum würde ich spannend finden, was wir da drinnen finden. Okay. Und deshalb packen wir uns jetzt da einmal kurz rein. Oh! Schreckt mich! Wo? Ah. Keine Ahnung. Ah, da herrin. Sorry, mich hat's so erschrocken. So, da kommt's schon. Ich kann meinen Compound-Bogen ausprobieren. Ah, irgendwie... Okay. Das probieren müssen. Okay, da kommt's auch. Die ist wirklich nackig. Achtung, er steht drauf. Ja, hab's gesehen. Sie, glaube ich, auch noch. Irgendwie, aber das Vieh trifft nix. Ja, Sex. Und sie auch. Haha. Sie hat natürlich... wieso sie gehört. Dollars gehabt. Hahaha. Du, ich will nicht wissen, wo sie die hatte. Ähm, sie hat ein... Ah, ich bin gejagt. Okay. Ich bin... Über uns vielleicht? Nein. Ah, da hinten. Ah, da hinten. Ein Krabbler. Eins. Zwei. Zwei. Vier. Und aus. Ich hoffe, dass da drinnen Bücherregale zu finden sind. Mhm. Oder einschlägige Videos. Naja, die gibt's nicht, ne? Es gibt keine. Ja. Aber Bücherregale wär das naheliegendste, dass sie einbauen. Zweckste Optik. Mhm. So, es können natürlich da noch irgendwo Schläfer sich befinden. Darum werden wir da mal reinschleichen. Ein bisschen schauen. Ich mach hinter uns zu. Ja. Nasszelle ist frei. Ist nix mehr. Okay. Links das Eck nach hinten. Naja, das ist eine Pleite eigentlich, das Gebäude. Wenn man ganz ehrlich sagen. So, der Zombie ist erledigt. Und da hängen nur Bilder. Mitnehmen, da machst du das Glas draus. Das sind richtige Kinoseele. Okay. Mit dem hab ich jetzt noch gerechnet. Ich finde jede Menge Dünger. Ich finde jede Menge Dünger. Oh, oh. Okay. Chiller. Oh shit, bin ich voll. Was lege ich denn da ab? Was lege ich denn da ab? Was lege ich da ab? Ich bin einfach nur voll. Da oben ist noch einer. So weit da wie aus dem WC bin ich nicht rausgekommen. Das war ich. Was hast du gemacht? Ich hab einen erschossen. Zombie. Das macht so einen Wumms. Oh. Ist ja nicht. Die Blander passt schon mal. Ah, da ist der Schlafer! Also, da hätte man ehrlich gesagt mehr erwartet. Man dachte, da wird das Zierrad werden da auf ein Regalier. Hä, was? Wie? Äh, woh, wo? Warum? Ist das bei dir? Nein. Der Zombie ist plötzlich verschwunden, den er da erledigt hat und jetzt höre er Zombie-Geräusche. Nett. Kann sein, dass er in der Zwischendecke geboren ist. Aber vielleicht ist er im Übertragungsraum, vielleicht muss er das da noch wagen. Ah, da kribbelt einer. So, der ist erledigt. Das bin ich, ich nehme die Bilder mit. Ja. Ja, leider nicht ganz das, was ich geglaubt habe. So, da auch noch. Sehr nett, sehr nett. Ich würde es sehr gerne. Okay. Bist du durch den Gang gegangen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin hinten durch den Gang, ja. Okay, da geht es dann rauf. Ah ja, war besser. Und da ist aus. Ich bin nämlich zum Bärsten voll. Da geht es zu den Kassen. Das kann man klar zerreben. Die Fliegerbrille mit Stufen. Ach, schrecklich. Oh. Sorry. Ich glaube, das sind über uns, das sind in dieser Vorführer, also wo die Videokameras oder die Projektoren praktisch drin. Ja, das ist scheinbar. Oh, Läuferin. Warum? Warum? Tag 14. Komm runter, komm runter. Oh Gott. Da ist auch so ein... Da ist einer wach geworden. Shit. Ich bin mit der Klander-Post da. Mhm, da kommt auch einer. Raus, raus, raus. Ich bin draußen. Die sollen rauskommen. Da haben wir ein schöneres Spielfeld. Oh, warum ein Feral? Ich... Oh shit, du hast ja die Klander-Post. Ich habe die meiner jetzt erlegt. Jetzt musst du ja schon finden, oder? Mhm. Die habe ich noch nicht rausgekriegt. Ja, dann legst du raus. Okay. Pass auf. Aber ich glaube, das war der einzige Feral. Hast du den erledigt? Ja, ja. Ach so. Der liegt schon. Und ähm... Da drüben ist noch so ein Biker. Mhm. Den würde ich mal rauslassen. Okay. So, er kommt. Leit auf mich. Okay, raus, raus. Der soll rauskommen, der Typ. Kommt. Okay. Schaff... Äh, bitte. Na, bitte. Ja, bitte. Erlebt noch. Jetzt nochmal. Der ist auch heute im Nehmen, der Biker. Mhm. Der hat Bier und ich kann es nicht nehmen. Na, scheiß auf die Knochen. So, ich schau jetzt nochmal oben, weil ich glaube, da sind ja auch noch welche. Okay. Und lock sie einfach raus. Aber da ist nur so ein Biker. Wo? Wo bist du? Wo war ein Gefies. Okay. Da ist doch ein Kreis. Uah! Au! Jetzt läuft der hier im Kreis. Schon wieder ein Feral. Ach, das ist noch immer die. Raus, raus, raus. Du laufst nicht falsch. Ah, doch. Nein. Stimmt. Ich laufe nicht falsch. Ich bin jetzt mal draußen. Das ist so eine verkackte Stelle der dritten Aufgang. Jetzt kommt einer, oder? Ja. Biker kommt nach unten. Okay. Ich bin in der Lobby. und warte. Oh, oh. Feral. Feral. Oh, Gott sei Dank ist du in den Saal reingelaufen. Okay. Biker kommt. Ich bin schon... Ja, draußen. Ich sehe dich. Was ist denn da? Kommt da draus, raus. Warum kommst du noch? So. Ich mag das jetzt nicht. Komm her da. Wo ist er? Ja. Das war's. So, der Feral lebt jetzt noch. Das war's. Wo ist der Knistern, Max? Wo ist sie denn jetzt wieder? Die macht mich fertig. Da ist sie. Okay. Soll ich draußen warten? Jetzt läuft es nicht mehr. Jetzt läuft es nicht mehr. Hm. Oh, sie ist hinter mir. Okay. Die hat so eine schlechte Wünsche. Auf jeden Fall hört sie sich grauslich an. Kommt sie nicht raus? In den zweiten Säule rein. Ja, da oben ist sie wieder. Ja, dann lass sie. Wir müssen also aufhören. Ich glaube, jetzt ist sie erledigt. Ja, das war ihr Kopf. Okay, aber es gibt noch andere. So. Gut. Irgendwo sind da welche? Ja, ich glaube, oben. So, die ist weg. Ich schau dann mal nach oben. Okay. Da ist ein Mensch. Ja, ich hoffe, ihr seid. Ich hoffe, ihr seid. Ja, ich hoffe, ihr seid. Und dann lasst.